Minecraft ist ziemlich dunkel. Sehr, sehr dunkel sogar. Man kann in Höhen so gut wie fast gar nichts sehen. Wenn man in den Einstellungen auf Video-Settings geht und Muddy die Brightness auf Bright stellt, dann sieht man zumindest ein kleines bisschen mehr, aber auch nicht wirklich viel. Heute zeige ich euch, wie ich immer meine Einstellungen ändere, sodass Minecraft immer richtig hell und gut aussieht. Und so ist das Ergebnis. Wenn man Fackel setzt, wird es nicht mehr allzu hell. Und dafür müsst ihr nur folgendes machen, nämlich eine Option etwas übersteuern. Folgendermaßen, wir ändern in dem Minecraft-Ordner, ich gehe mal davon aus, dass ihr diesen findet, die Brightness auf noch höher als normal. Standardmäßig ist es auf 1 gestellt, aber in die Textdatei des Minecraft-Ordners reingehen, options.txt und aus dem Gamma-Wert, einfach darunter scrollen, aus einer 1 eine 10 machen. Und wenn das passiert ist, sieht eure Welt so aus, ihr könnt alles sehen in Höhlen und man kann viel entspannter spielen. Falls euch die tägliche Dosis Minecraft wie immer gefallen hat, gerne ein Like da lassen für den lieben YouTuber-Algorithmus und gerne ein Abo, dann kriegt ihr alle weiteren Videos. Wir sehen uns demnächst.